Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Rückkehr des abdringen Lichts anzunehmen bei Gunthar Arcanus. In Tirisfal, an dieser Position, ist die Folge Quest von Treue Beweis. Nehmt sie gleich mal an. Nun darf man sich nach Undercity begeben. Das werde ich jetzt machen und werde mich bei euch wieder melden, sobald ich in Undercity angekommen bin, weil das ist ein ziemlich langer Laufweg. Ich glaube den wollt ihr nicht sehen. Also bis gleich. Bin hier schon in Undercity, gleich bei den Aufzügen. Bis hierhin sollte es kein Problem sein, den Weg zu finden, denke ich. Ab hier könnte der ein oder andere Schwierigkeiten haben, deshalb nehme ich ab hier auf. Hoffe das ist okay für euch. So, nun darf man sich hier noch weiter nach unten begeben. Wir müssen, soweit ich weiß, ins Magierviertel. Das sieht doch gut aus. Hier springe ich nach unten. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gern einen Daumen nach oben geben. Oder, falls nicht nach unten, wie es euch taucht, wie es euch gefällt. Und falls es euch gefällt oder geholfen hat, dürft ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Wir sind hier schon im Magierviertel. Und das sieht doch sehr, sehr gut aus. Dann noch diese Stufen hier hoch. Ich gebe nochmal die Map. Hier bin ich. Hoppala, fast hinuntergefallen. So, West ist abzugeben bei Bethor Eisschard in Undercity. An dieser Position. Hoffe ihr habt meinen Weg verfolgt. Falls ihr nicht wisst, wie man hier hin kommt. Raus mit der Sprache. Hoffe das Video hat euch geholfen. Eizocke. Ende. Da.